Klappe die vierte. Hallo, ich bin Melina, bin 21 Jahre alt und mache eine Ausbildung bei Elton zur Fachkraft für Lagerlogistik. Bei uns in der Logistik sind wir grundsätzlich für die Lagerung und die Beschaffenheit der Ware zuständig und dass die Ware zu den Kunden verschickt wird. Die Logistik ist der Dreh- und Angelpunkt, weil ohne die Logistik läuft nichts. Meine Aufgaben als Azubi sind Ware kommissionieren, versenden und verpacken. Wichtige Eigenschaften, die man zur Ausbildung mitbringen sollte, sind Teamfähigkeit, verantwortungsvoll sein und zuverlässig, weil Zuverlässigkeit ist sehr wichtig, damit auch der Kunde die richtige Ware erhält. Wieso bei Elton die Ausbildung? Weil wir mit den Azubis auch Projekte oder Ausflüge machen, wie zum Beispiel, da haben wir ein Hochbeet gebaut mit dem Ralf Dammasch und einen Ausflug haben wir letztes Mal nach Mönchengladbach zum Fußballstadion gemacht. Wenn du Interesse an der Ausbildung hast, bewirb dich jetzt.